Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann. Wir sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fischer. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Ah! Ah! ... ... ... ... ... ... Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turm-Ding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tippt mir. Oh, nein, 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 nein. Ah! Oh, nein. Oh, oh. Da sind sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Wozu hat die Aufseherin eine ganze Insel in ein... was auch immer verwandelt? Angenommen, sie war's. Beeilung! Ich komme später nach. Macht, dass ihr zum Turm kommt. Kommt schon, ihr Freaks. Packt nicht, wenn ihr könnt. Oh, nein, mein Gott. Oh, nein! Oh, nein! Ich bin so, wie ich es hier war. Oh, nein! Oh, nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vatida, roger Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vatida, roger Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, warte doch! Warte, wir tun dir nichts. Hab keine Angst. Du hast es ganz allein geschafft, dich vor den Ungeheuren zu verstecken? Aha. Tapferes Mädchen. Das wird alles bald vorbei sein. Hör zu, da ist eine böse Lady in dem Turm dort drüben. Wenn wir sie erledigen, können wir alle zusammen die Insel verlassen. Moira, hast du das gehört? Ja, noch einer von diesen wandelnden Scheißhaufen. Entschuldigung, ich meine Kothaufen. Und du weißt, was wir mit Kothaufen machen. Das war's. Da unten ist etwas. Scheiße. Da unten ist es. Okay. Stürme nicht weg! Claire! Danke sehr! Pass auf! Der hier ist anders! Das seh ich auch! Auf geht's! Dankeschön! 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 Ich glaube, das war's. Holen wir das Mädchen! Es ist jetzt sicher. Kannst du herfinden? Ich passe durch das Loch.